Mari und Petric in Fischgretes Reise um die Welt. Eine Reise für die Fisch. Peppi? Peppi? Jetzt heb schon ab, Peppi. Hallo? Kommissarin Brunetti von der Polizei. Hallo? Nein, nicht Brunetti. Peppi, hab ich gesagt. Hallo? Hallo? Ah, Peppi, bist schon da. Hör zu, Peppi. Rat einmal, wo ich gerade bin. Pass auf. Hör mal. Nein, ich bin nicht beim Kursigen vom letzten Schusterverein, tut schaule ich. Ich bin da auf Italien. In Venedig, Peppi. In der Stadt der Liebe. Und der Diebe. Stell dir vor, Peppi, wir haben es gerade vorher mal Hauntaschen geböllert. Eine Frechheit. Ich wollte gerade in so ein Wassertaxi reinsteigen. Was das? So ein Fibratoreto. Ja, und auf einmal was fährt, das Taschl. Gucci. Fuji. Verstehst? Darum hab ich die Taschen erst kurz vorher bei so einem netten Straßenverkäufer gekauft. Du, der hat nur echte Originale gehabt, bitte. Das hat man schon am Preis gemerkt. Siebenhundert Flocken. Und jetzt ist es fort. Sie haben mein Geld. Und meine Schuhe. Die sind auch schon hin von Hatschen. Sandale, Randale. Ich sag dir eins, ich kann nur mehr seufzen. Ich bin schon so kanale grantig, wie eine Beine-Rapiata. Wenn mich jetzt noch einer deppert anreit, Peppi, dann mach ich's wie die Madonna Leon und drei ihrem Heim. Scusi, Signora, ma combrario, na borsa di Gucci? Signora, è una occasione. Wow, das ist ja meine Hauntaschen. Na, warte. Peppi, ich muss auflegen. Damit ich ihrem eine auflegen kann. Ciao, Peppi. Und du bleibst stehen. Hast du gehört? Stehen bleiben sollst du gefräst. Fladerante in flagrante. Die Mutti macht heute Lene aus dir. Stopp! Stopp!